Der Kuchen ist auch bestimmt keine Falle. The cake is a lie. Nein, nie. Oh, the cake. Oh, guck mal, wie er da steht. Lass uns da nicht hingehen. Doch. Die Garantie der Rüstung verfällt beim ersten Anziehen. Ja, super. Keine drei Jahre Garantie. Frag mal, was du draufzahlen musst. Was ist denn los mit dir hier? Ich bin dein König. Kannst du nicht einfach sagen, nö. Oh, so ein schöner Zeug. Du bist. Ja, gerade laufen, geradeaus. So, war Louis. Stimmt. The Binding of Nervensäge ist gar nicht da. Guck mal, guck mal. Schnell, schnell, schnell. Guck mal. Ein Obsidian Katze-Statue für unsere Festung. Woohoo. Woohoo. Machen wir nicht so gut hier. Hey, armer kleiner grüner Kerl. Hast du dich verlaufen? Katzi. Hast du dich verlaufen? Hier ist gar kein Haus für dich. Wo wohnst du denn? Guck mal, Katzi. Soll ich deine Mama anrufen? Guck mal, Katzi. Katzi. Es dauert einfach eine Minute für ein Herz. Ja. Sorry. Wird nächstes Mal hoffentlich besser. Ach so. Ach, die brauchen wir. Wegen dem Grindr. Ja, ähm, ja, ja. Ja, so ist das halt. Ich musste so auch anfangen. Ja, wir können ja jetzt hier nicht. Ja, einfach. Bald kommt auch die Kurbel-Kurbel-Folge. Ja, cool, die geht so weit sind wir noch nicht. Kurbel-Kurbel-Folge. Die wissen ja noch gar nicht, was alles kommt an Folgen. Ihr habt ja. Doch, die, die im Stream dabei waren. Ja, ja. Stimmt, die im Stream dabei. Ihr könnt euch da in eurer Stadthalle auch gerne andere Maschinen hinbauen, ja? Halt in der Stadthalle. Ihr könnt ja auch größer bauen. In eurer Stadthalle könnt ihr, ja klar, ich hoffe. Ich bin in einer Höhle und schmelze, Grindr, mir egal. Tja, weißt du, man kann es nicht jedem recht machen. Nee, wie gesagt, ihr könnt eure Stadthalle bauen, wie ihr es machen wollt. Und dann, äh, alles gut. Ja, ich könnte echt die Render-Distanz vom Server unterstellen. Aber das kann ich jetzt nicht ingame machen, oder? Dafür muss ich jetzt die ganze Zeit verstopfen. Kannst du die Render-Distanz vom Server runterstellen? Ja, wie viel jeder Spieler sieht. Allerhöchstens. Ein bisschen besser. Interessant. Tropical Garden. Hier, komm mal her. Ich will das Grünzeug nicht alle einsammeln. Komm mal her. Nein. Wir sind hier nicht im Woodlife. Die Krise, wenn ich den ganzen Scheiß einsammle. Dann halt nicht. Ich habe wieder viel zu viel Kram. Puh. Ja, wir sind hier. Box tun. Wir haben auf jeden Fall coole Statuen gefunden. Ja, das ist cool. Dafür hat es sich gelohnt. Ja. Das ist schon mal süß. Hast du was Neues entdeckt? Oh, da hinten ist ein Haus, wo wir hingehen können. Irgendwo muss es auch Eingänge zu unterirdischen Dungeons geben. Let's Nay. Danke für dein Follow und willkommen bei den unfähigen Ballouinenden. Im Eimer. Jetzt fängt das schon wieder an mit den im Eimer Witzen. Oh nein. Vielleicht bist du aber auch im Eimer. Nein, das ist eigentlich ganz gut. Ich bin nur zu unfähig, ihn wahrscheinlich zu konfigurieren. Wasser, guck mal. Aber das ist echt schick hier. Oh, nur das Haus ist leider nicht mehr schick. Oh, was ist passiert? Ich glaube, wir haben aber einen Creeper am Werk. Erst mal gucken. Schwimmen wir da rein? Guck mal, wie cool das sieht. Das sieht so schön aus. Das ist aber echt zufällig generiert, oder? Das ist doch nicht zufällig. Doch, guck mal. Das stimmt, hier drin ist es zufällig generiert, aber draußen. Das haben sie aber schick gemacht. Das haben sie schick gemacht. Das hat der Kartengenerator schön gemacht. Das ist eine Höhle. Wollen wir reingehen? Nein. Oder die Bündnis. Nein. Na gut, dann gucken wir mal draußen. Wir wollten noch was erkunden und nicht noch mehr Zeug farmen. Ja. Hast ja recht. Ist in einem Haus noch irgendwas drin? Nee. Sicher. Oh, guck mal, siehst du das da drüben? Das hat eine zweite Etage. Haha, guck, ich bin größer als sowas. Oh, ich bin gerade etwas Besseres entdeckt. Komme. Was ist das? Ähm, Baum. Gefängnis. Sieht aus wie ein Grab, ehrlich gesagt. Ja. Ich muss mal abbauen, guck mal, ob da was drunter ist. Entschuldigung. Ich habe dich nicht aus Versehen gehauen. Hast du dich? Aus Versehen. So sehr. Walui, richte dich später in einem riesigen Piratenschiff ein. Nein, ich bin kein Pirat. Ich bin ein ehrwürdiger König, mein Freund. Das Haus ist im Eimer. Oh, Mann. Oh, hier ist eine Chest. Halt, Halt, Halt. Willst du das aufmachen? Hier auch, oh. Halt, Halt. Hier ist ein Chest. Halt. Ich weiß, ich vermute da nur eine Trap hinter irgendwie. Scheint aber nicht so zu sein. Du kannst mal hier in die Kiste reingucken und gucken, ob da irgendwas cooles drin ist. Nein, das kannst du genauso gut machen. Ich habe aber Angst. Ich stimme hier. Okay, war Gold und ein Papier und ein paar Bones. Oh, okay. Kann man gebrauchen. Das Gold ist schon mal ganz cool. Fünf Goldbahnen. Haben oder nicht haben. Cool, ich habe lila Holz. Lila, ne? Schau mal. Ja. Schick. Oh, das sieht gar nicht so schlecht aus. Von dem Baum, der hier stand. Ist das Witchwood? Nein. Ja. Doch? Okay. Warum? Kannst du das? Nur so braucht man aus dem Modpack von Tom Craft, glaube ich. Ich habe sogar zwei Saplinge. Schön. Kann man immer gebrauchen. Ich glaube, Schifffahren macht nicht so viel Sinn. Wir müssen also weiterlaufen. Captain Baloo und seine... Achtung noch! Toll, coole Crew. Ja. Apropos Musik. Ich höre gar nichts mehr. Habe ich vergessen, die nächste Playlist zu starten. Nicht lappen. Ähm, ja. Hatte ich dir das nicht extra rausgesucht? Jaja, ich habe... Eine Playlist habe ich auch gestartet. Okay. Nicht die nächste, sondern glauben. So. Ah, hab ich da Musik gedacht. Entschuldigt. Hätte er mal auch sagen können. Lass uns weitergehen. Jo. Hasis. Guck mal, wollt ihr eigentlich Zindus sehen? Ihr habt noch gar nicht Zindus gesehen. Heute? Zindus. Guck mal, Zindus. Hallo. Oh, sie hat gerade geschlafen. Entschuldige Zindus. Ich wollte nur, dass du Zuschauer sehen, was du für eine süße, liebe Kleine klasse bist. Was hast du denn wieder entdeckt? Ein Turm. Oh, das ist cool. Hallo. Ich bin die ganze Zeit dabei, einer gewissen Person was zu erklären. Ich hoffe, diese gewisse Person bin ich. La, la, la. Ähm. Mach hoch die Tür. Klapp, Klapp. Klapp, Klapp. Das ist der Zugang zum Dungeon, glaube ich, oder? Jo. Das ist ein Eingang zu einem Dungeon, Miri. Wir haben den ersten Dungeon gefunden. Immerhin etwas. So wie den Hexit? Ich glaube, das sind die Dungeons wie in Hexit und wie in, äh, ich glaube, die ist auch in Nero. Waluigi spielt bestimmt Pokémon Sonne, weil er durchgehend Sonnenbrand im Gesicht hat. Ah, die Witze werden immer besser. Wow, das Niveau, es ist so hoch. Das Niveau sinkt. Es ist im Eimer. Ja. Okay, in welchen Gang gehen wir? Warte. Wow. Oh, hier geht es aber tief runter. Jetzt war's. Du schaffst das. Ich will nicht runterfallen. Nee, wäre jetzt auch nicht so schön, wenn er runterfallen würde. Guck mal, da ist ein Kuchen. Gehen wir dahin, das sieht gut aus. Der Kuchen ist bestimmt keine Falle. The cake is a lie. Nein, nie. Oh, the cake. Oh, guck mal, wie er da steht. Lass uns da nicht hingehen. Doch. Könnt ihr jetzt mal bitte, jetzt haben wir aufhören, so krass zu lecken. Ich muss unbedingt was machen. Das ist echt unhaltbar. Guck mal, der sieht so toll aus. Oh, da hinten ist ein Mobspawner. Schnell bevor Mobspawn. Gut, dass das, ähm, denkt dran, immer auf die Kisten gucken, falls sie, geil, falls sie, ähm, den Anschein entwecken, dass da ein rotes Ding dran ist, äh, dass irgendwas in Luft fliegt. Das ist eine lebende Kiste. Was? Nein. Ja, also, nein. Da war gerade ein ganz gruseliges Geräusch. Oh, Freunde. Oh, hi. Äh, äh, äh. Gut, dass sie nicht treffen können, weil es so lecker ist. Ah, äh, äh, äh. Diese, diese Herzen, die mal auftauchen. Mr. Blessy ist wieder da. Oh, es gibt sogar einen AFK-Mod anscheinend, der dabei drauf ist. Oh, cool. Ich kann die Spawner behalten. Oh, Broken Spawner, wahrhaftig. Schon irgendwas Cooles gefunden? Was hast du denn da gefunden? Na, guck mal, eine Kettenhose. Eine Kettenhose, nice. Mit Protection. Spinnenaugen nehmen wir mal alles mit hier. Seile, damit Miri, ach komm, das brauchen wir alles irgendwann mal. Oh ja, Seile ist gut. Oh, ich hab dir noch gar nicht das Buch gezeigt, was ich gefunden hab. Hier, guck mal. Ah, es gibt AFK zum Befehl, okay. Könnte ich das mal aufheben, das Buch? Du hast ein Tauben-Town-Nomicron gefunden. Cool. Ja. Mein Zauberbuch. Okay, dann brauch ich das nicht mehr bauen. Ja. Ja, geil. Das ist echt geil. Hast du gut gemacht. Ich bin sehr stolz auf dich. Ja. Hast du die in die Kisten schon reingeguckt? Nein. Oh, meiner. Nein. Du hast aber eine Kettenhose gekriegt. Die ist aber voll scheiße. Die hat ja wenig. Die hat auch nur Protection 1 drauf. Was ist das für ein Geräusch gewesen? Die Kiste, die du gemacht hast? Nein. Ach, das Feuer hier. Weil Louis kann man alles reinschreiben. Ach so, okay. Okay, wusste ich nicht. Und, ist in der Kugenkiste irgendwas Tolles? Einfach alles mitnehmen. Kann man alles gebrauchen. Essen ganz viel. Hier, drüben. Ach, du hast den Spot einfach. Kannst du einfach abbauen. Ja, aber ich konnte... Okay, das ist ein neues Spot. Nein, 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 nein. Oh, eine Leather Cap. So viel. Brogonsporner, ist der jetzt im Heimer? Ah, das ist immer so gut, ey, Leute. Hier, der Hammer. 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 Ich kriege mich gar nicht mehr ein. Ja, wo, 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 wo. Na, ne? Ne? Habt ihr verstanden? Witz, ne? Ha, ha. Ne? Geil. Schaufel lasse ich mal hier. Für den nächsten, der hier reinkommt. Und das erforschen will. Ja. Sind wir jetzt nicht dieser Seite? Okay, müssen wir auf die nächste Seite. Hier gibt's... Manchmal geht's im Kreis, manchmal nicht. Gehen wir mal hier auf andere Seite. Ne, da ist Wasser. Das ist scheiße. Gehen wir mal hier rein. Da ist auch direkt ein Spawner. Direkt? Directly. Was für eine, ein Zombie-Spawner. Ich seh's nicht von hier. Ich muss warten, bis das... ...ein mich reinlässt. Schnell! Und... Ein Griff! Deaktiviert. Oh nein, da hinten ist mal ein. Sklead-Spawner. Und deaktiviert. Das ist ganz gut, durch die Lex, dass die Monster überhaupt nicht die Chance haben, zu spawnen. Böse von uns, sehr böse. Äh... Naja, Hose, Brust, Helm, fertig von deiner Rüstung. Yay, cool. Freut mich. Oh, danke, Miri. Hast du das gut gemacht. Le... Ich bin in einem Loch. Sei doch froh, du fließe. Gut, dass das Wasser auch gar nicht lange brauchen. Nein, was? Das braucht er nicht lange. Zu verschwinden. Moonschein, Instant Damage und Blindness. Oh, cool. Da aber die Leder tun, die kann man sich mal hier für den nächsten Abenteuer... Ambasier ist gefärbt. Ich bin auch in ein Loch reingefallen. Das Wasser, oh. Oh. Keine Sorge, wir kommen nachher noch nach Hause, bevor wir die Stream beenden sind, sind wir auf jeden Fall wieder zu Hause. Das machen wir. Ich habe einen Neunster gehört, Hasi. Cool, guck mal. Komm mal her. Was ist das denn für ein Bug? Du kannst rausgucken ins Meer. Oh, wir sind wafflich im Meer. Okay. Sackgasse. Ich bin voll weit weg. Ja, da musst du nach Hause reisen. Hier, zieh mal an dem Hebel. Das ist normalerweise nur Lampen. Oh. Aber hier geht es in die nächste Etage. Vielleicht sollten wir das Loch zumachen. Zack. Bis das Wasser dispawnt. Dauert es nur ein paar Minuten. Wobei es jetzt wieder flüssiger läuft. Ich verstehe nicht immer ganz. Manchmal geht es besser, manchmal nicht. Ich habe Monster gehört. Nein, der Zombie ist gespawned. Ich dachte, du hättest es entschärft. Ich habe eine Fakte draufgestellt. Ja, hat wohl nicht gereicht. Ist Keep Inventory an? Nein. Nein. Das finde ich aber cool. Was? Keep Inventory. Das finde ich aber ganz schön cheat. Was? Nein. Ich habe eine gute K Rolle. Wiss man immer noch nicht gerecht. Na das ist auch nicht.